Oh, äh, äh, nicht beachten, nicht beachten, wie ich aussehe, ähm, äh, äh, no, 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 don't look, oh shit, ganz vergessen, was, äh, also, das war nur wegen, wegen Minna, ne, äh, dass ich so ausgesehen hab, ähm, ja, ähm, ja, ähm, ja, alles klappt. Und wieso hat sie nichts an? Wieso trägt sie nur ein Unterhemd? Mona! Mona, zieh dich mal richtig an! Oh, man! Du Schwein, ey! Ich bin, ich bin der Baum. Basically, I am the Baum. Ey, ich hab, ich hab einer, einer Freundin geschrieben, dass sie rüberkommen soll. Sie meinte so, okay, gleich kommt die, wir müssen sie irgendwie überraschen. Wir machen alle irgendwas Lustiges oder so. Komm, wir gehen alle jetzt zum Eingang und wenn die gleich kommt, die wird voll überrascht sein, die weiß gar nicht, was ihr abgeht. Sie kommt! Sie kommt! Macht euch bereit! Macht euch bereit! Sie kommt! Sie kommt! Boah, hat sich Zeit gelassen, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber sie kommt. Yay. Ja, yay. Du sagst es. So fühle ich mich gerade. So fühle ich mich. Nora, da ist sie! Jetzt geht's ab. Wehe, die Bitch freut sich nicht. Oh mein Gott. Ich musste aufstoßen. Zu viel, äh, zu viel Monster Energy Ultra White, äh, 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 Ultra, äh, pfff. So, by the way, Monster Energy, bitte sponsert mich. Danke. Danke. So, jetzt kommt's. Jetzt drück dir die Tassen. Äh, äh, und so. Oh mein Gott. Sie ist ja voll, äh, 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 laula Style, ey. Hawaiianisch hier. Jetzt geht's ab hier. Ich drück dir ganz schön A. Ich drück A. Ich drück A. Weil ich weiß, sie ist, glaube ich, schon früher da als wir oder so. Weiß ich nicht genau. Ihr habt noch kurz Zeit. Lauft, lauft. Sie ist noch nicht da. Sie ist noch nicht da. Jetzt ist sie da. Drückt, drückt die Knöpfe. Drückt, äh, ja. Da ist sie. Ja, hat fast geklappt, wie ich's wollte. Ja, okay. Ist okay, ist okay. Äh. Ist die Insel Indigo. Von, ähm. Von, von, von. Wie heißt sie denn, Ingame? Kilala? Nee, die Insel ist Kilala. Nee, doch nicht. Sie ist Kilala. Also wenn sie hier gesessen hätte, das wäre da. Das wäre so typisch. Bei Meckes. Oh. Oh. Oh, das ist cool. Oh mein Gott. Kilala. What are you doing to me? Traurig. Uh. Ich glaube, auf das Zimmer ist die bestimmt am stolzen, ey. Ihre beiden Kronen. Boah, die Krone hat sie von mir. Ich schwöre. Die hat sie damals von mir bekommen. Ihr habt's hier zuerst gehört. Hat sie von mir bekommen. Definitiv. Kann ich so sagen. Ich hinterlasse hier noch eben einen Schiss. So. So. Geiles Badezimmer wohl. Auf jeden Fall. Finde ich sehr cool. Okay, Keller. Jetzt kommen. Alles so süß und so toll. Jetzt muss im Keller irgendwas komisches sein. Ihr Dark Secret. Was ist dein Dark Secret, Kilala? Was ist dein Dark Secret? Hat sie eins. Illegales Casino ist ihr Dark Secret. Und dieses Lied fehlt mir, glaube ich, noch. Holy shit. Wie heißt dieses Lied, bitte? Geilo. Ist wirklich so. Kann ich das nicht im Traum gucken? Das geht nicht. Wow. Mein Gott. Das ist richtig nice. Also. Boah. Oh mein Gott. Ich möchte hier leben. Please, let me live here. Please. Kilala Indigo. Kilala Indigo. Bekommt. 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 Ich drück eben. Ja, komm, drück doch jetzt. Ja, okay, danke. Bekommt. Ähm. Ja, komm, 10 von 10. Es ist richtig nice. Es ist richtig süß. Alles schön. Kindlich. Macht das Sinn, zu sagen? Ja. So ein bisschen kindlich. Das finde ich schön. Also so nicht. Ähm. Ja, ich mag's. 10 von 10. Okay. Schlafen klingt gut. Unsere nächste Insel ist von... Moment. Mo- Ja, ne? Nee, kam ich nicht. Oh mein Gott. Moos? Ja, genau. Geil, ey. Einfach Moos hat er nachgemacht, ey. Wie geil. Uh. Hier ist die erste Spur an Blut. Was mag wohl passiert sein? Äh. Oh mein Gott. Hier ist er richtig heftig, ey. Blut des Todes. Äh. Moment. Mo-Moment. Moment. 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 Was ist hier passiert? Wie bin ich hierhin gekommen? Es war alles so schön gerade. Und jetzt bin ich auf einmal irgendwie hier so gelandet. Oh nein. Was ist das denn zum Teufel, ey? Ja, auf jeden Fall voll süß, so. Oh mein... Oh, oh, oh. Oh, das ist richtig... Wie sagt man? Unsettling, ey. Äh. Wie wär's mit... Nein? Junge, was ist das hier? Äh. Wieso hab ich das hier nicht? Und wieso hab ich das hier nicht? Und wieso hab ich das hier nicht? Was ist das hier für eine Scheiße? Hallo? Oh mein Gott. Richtig am Flexen, der Typ wieder hier, ey. Dezent. Zwei Häuser sind ausgebaut. Ja, und die kann ich mir angucken, oder? Die beiden Häuser, das ist doch am besten, oder? Oh. Oh shit. Resetti. Er ist wirklich spooky. Äh. Wie geil ist das denn da? Der Rad der Masken, oder was? Äh. Moment mal. Was ist das? Was ist das da oben, bitte? Was ist das? Wer ist das? Ist das, äh, äh, Poldi? Nee, wie hieß der? Wie hieß der nochmal? Poldi oder Polski? Oder wie hieß der? Hab den Namen vergessen. Was ist das denn? Nein. Poldi. Ganz ehrlich. Poldi hat alle umgebracht. Er ist der Kultführer, natürlich. Poldi hat alle Leute umgebracht. Oh shit. Da geht's schon wieder los. Hier, da, da ist der Schrank. Mit dem Blut dran. Mhm. Mhm. Schnipp, schnapp, schnipp. Ja? Was ist hier los? Und was, will ich hierzu irgendwas sagen? Oder nicht? Ich kann mir meinen Kommentar auch verkneifen. Aber, ähm, die Kamera sagt alles. Und der Regiestuhl. Ah, in dem Film würde ich gerne mitspielen. Ah, nein, hat sie nicht gesagt. Wirklich, äh, wirklich nice. Also, deine Insel kommt. Ja, eine 10 von 10, natürlich. Als würde ich dir weniger geben, hallo? Fucking 10 von 10, ey. Okay. Nächste Insel ist... Danke, danke, Kartoffel. Ja, wie gesagt, ich werde am Ende noch, äh, Reihenfolgen machen. Welche die beste war von allen und welche die schlechteste... Also, nicht schlechteste. Schlechtes hier nichts, aber... Äh, ja gut. Irgendjemand muss letzten Platz haben, ne? Hä? Äh, die nächste ist... Oh mein Gott, wo ist die denn? Elysium. Das ist sehr geil. Das hier. Das ist richtig cool. I am neidisch. Also, von 1 bis 10. Es ist ja noch nicht fertig, okay? Also, eigentlich ist das schon, schon sehr schön. Du hast ja schon vieles, glaube ich, vorher fertig gehabt, oder was? Und die Designs sind schön. Dieser Pool unten ist cool. Ich habe gar kein Foto gemacht. Ja, egal. Egal. Ähm... Auf jeden Fall... Würde ich sagen... Kriegst du so ne... So ne 8 wohl. Definitiv. Weil, ähm... Ja gut. Ist doch noch nicht fertig. Letzte Insel. Stimmt, so ne richtig heftige Insel jetzt. Die Avendemen, irgendwelchen... Gula-Gunen. Klingt schon mal gut. Klingt schon mal vielversprechend, ey. Wie kommt man auf solche Ideen? Was ist das hier? Holy shit. Wieso brennt die Avendemen? Alle Elektronik, so. Merke ich gerade mal. Hier ist nur Elektronik drin. Was brennt alles irgendwie? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Oh mein Gott. Was ist das hier? Was ist das? Was? Das ist so komisch. Das ist so verwirrend. Wieso macht man sowas? Das ist so richtig komisch. Ich verstehe den Sinn nicht, ey. Help me, please. Ah, was ist das hier? Das ist so laut. Was ist das? Hä? Ey, das macht gar keinen Sinn. Das ist nicht mal spooky. Das ist einfach nur komisch. Den Raum werde ich jetzt mal nicht beachten. Okay, der war irgendwie komisch. Ich bin gerade selbst richtig lost. Ja, ey. Frag mich mal. Guck mal hier. Was ist das für eine Kacke? Was ist das? Wer bringt so viele Regenstimme mit? Warum? Was ist das hier? Oh. Was ist das? Und wer ist da oben? Und guck mir zu. Ah. Robin? Äh. Äh. Moment mal. Zack, 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 zack. Äh. 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 Was zum. Oh, oh. Ich hab mich ohne Scheiß. Ich hab mich wirklich erschrocken jetzt, ne? Puh. Ha, ha. Ah, Animal Crossing für die ganze Familie. Ah, nein. Was ist denn das? Ah. Das ist voll laut. Ah. Ah. Ich muss sich gucken, was jetzt kommt, ey. Dick. Dick. Oh, okay. Alles gut. Ah. Eww. Eww. Oh. Jetzt kommt der Keller. Oh mein Gott. Was ist das da hinten? Achso. Oh, ich dachte schon, hey. Ich bin, ich bin. Aber ist die Zeit nicht gestoppt auf Trommelsinn? Nein, die läuft weiter die ganze Zeit. Als ich gestartet bin, war es... Ich bin schon eine halbe Stunde auf der Insel, ne? Das weißt du schon, oder? Ähm. Da war es 3 Uhr. Und, äh. Ja, äh. Jetzt gerade eben war ja... Ach, ne. Ich bin im falschen Raum. Ähm. Und jetzt gerade war es 3 Uhr 30 schon. Irgendein Mädchen ist weg, oder so. Und, und. Ich glaube, es sind alles Geister auf dieser Insel. Diese Insel ist gar nicht echt. Oh mein Gott. Es soll bestimmt heißen, dass die beiden tot sind, oder so. Tina und Sina sind jetzt noch ewig versklavt und müssen hier Kleidung machen, ey. Die sie verkaufen können. Und ich werde die Insel bewerten. Ja, ja. Ja, eigentlich wohl. Ja, keine Ahnung. 10 oder so will ich dir wohl geben. 10 von 10. 10 von 10 Orbis. 10 von 10 Orbis. Es zeigt das Jahr 2050. Äh. Ich darf nichts verraten, da die eigentliche Erstellerin ihre Ohren zuhält. Hä? Wieso schickst du mir das denn dann? Also nein, also ist okay, aber, äh? Das ist ja voll gemein, so. Warum ich jetzt... Ey, in fast eine Stunde war ich da jetzt. Und jetzt weiß ich doch gar nicht... Es ist doch voll unbefriedigend jetzt für mich. Dass ich mir das alles angucken musste und so anhören musste. Und dann gar keine Ahnung hab, was jetzt letztendlich damit passiert ist. Ganz ehrlich, finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht in Ordnung. Wirklich nicht. Nein, nein. Hör. Ja, gut. Dann so ein bisschen Zeit verplempert jetzt. Dankeschön. Schade. Dann verlinken wir die Erstellerin. Ich rede mal mit ihr. Sie hält ihre Ohren zu und weint den ganzen Tag. Man sollte nicht mit ihr reden. Tschüss. Hä? Hä? Ich bin... Bin verwirrt. Ich bin richtig verwirrt. Was ist das denn hier? Äh, Twitch Mysteries oder was? Hä? Hä? Was ist das denn? Twitch Mysteries, ey? Die neue Sendung. Nur hier bei Orbi, ey. Hä? Äh, what? What the fuck? Ja, hä? So, wenn ich so was lustiges mache, dann teile ich das doch mit anderen Leuten, damit die diese Story weiterzielen können. Äh, hä, hä, was? Äh, hä, hä-hä, WHAT? có